Auch mal wieder da. Da bin ich wieder. Jopp. Auch mal wieder da. Ja. Hast du mir nur ein ganz... Ja. Ich hab dir Glas gegeben, ja. Du hast mir Glas gegeben? Das ist aber zu wenig. Ja, das war noch mal in der Kiste. Ach so, übernommen wir das Zehnfache dabei davon. Hm, hab ich nicht. Mach mal. Mach ich jetzt. Ja, woher? Ich hab das hier alles weggemacht. Ich weiß gar nicht, wo das alles hin ist. Das Glas, was wir hier über abgebaut haben, das hängt auch in Glasform, also die Erde. Da hängt ein Glasform auch wieder... Mal zu Sand. Genau. Das ist dann, was wir abgebaut haben. Ist jetzt in Glasform wieder da an der Decke, ne? Im Unterfall bin ich tot, glaub ich, ne? Nee, du hast einen Dierrüst. Du müsstest eigentlich überleben. Ja, ich kann ihn schon. Ich komm nochmal gleich wieder. Ich muss kurz Atrin einen Zaubertrick zeigen. Was für Zug? Atrin einen Kartenzaubertrick zeigen. Ob er es rausfindet oder nicht. Ja, ich übe das gar momentan. Du kommst noch nicht in die Folge. Tschüss. Hehehe. Ich find... Das ist einfach rundherum. Das dauert noch ein bisschen. Und dann muss ich mir noch überlegen, wie ich die Treppe dazu baue. Darf ich das dann so bauen? Na? Ne, besorgt Glas. Hehehe. 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 Lalalalalalalalalalalalala. Ja, ja. Baum. Was? Du brauchst du den Glas. Du brauchst du den Glas. Ich krieg mein Glas, das kriegst du nicht. Da. Ich bin ja egoistisch. Und abziehen. So. So. Irgendwann muss ich eine Treppe runter machen, ne? Mach ich das... Wie denn? Wie sollst du eine Treppe runter machen? Hey. Ich weiß nicht, wie es geht. Das war, wenn man viel laufen muss, das ist gesund. Machst du ein runter? Na, das denn? Jetzt nicht. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Jetzt gibt's keine Treppe. Jetzt lassen wir jetzt erstmal hier... Wir machen hier sowas ähnlich wie ein Fahrstuhl. Also ein Treppengehäuse. Der runterführt. So, das macht das wieder alle. Aber das sieht schon mal ganz nett aus, oder? Das kann man machen. Das sieht gut aus, finde ich. Ja. Aber da kennt das mehr. Ich hab auch kein Glas mehr in eine Kiste, ne? Ich hab das ein Glas. Nein, gestern bin ich doch. Ich hab das ein Glas. Ich brauch Glas. Ich brauche das. Ich hab auch kein Glas mehr. Ne, alles was verbraucht. Ich kann dir das hier zur Erde verwandeln. Das müsste gehen, oder? Kann man doch machen, oder? Kann man das machen? Ne, man kann das nicht zurück verwandeln. Schade. Ach, wie schade. Man kriegt das nicht wieder auseinandergepröselt, ne? Hm. Das ist schade. Dann brauchen wir eine Schaufel. Schaufel habe ich am Start, aber eine kaputte. Ich brauche eine heile Schaufel. Schaufel, Schaufel brauche ich. So viel Erbsen. Lecker. Erbsen ist lecker. Ja, muss ja lecker. Erbsen sind klein. So, finde ich jetzt. Erde muss er nach oben gehen. Da habe ich oben noch Erde. Wenn man die Kisten gucken, wo die Kisten Erde ist noch. Gelber Sand. Fertig. 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 Das geht's dir gut, ja? Ja. Ich habe keinen Clown gefrühstückt. Papa, Kuchen. Hä? Hä? Ja, das hat sich erledigt. Deine Mutter ist ja gar nicht da. Neun Termin machen. Eigentlich sollen auch die Autoreifen gewechselt werden, aber... Ich will auch Autofahren. Nein. Haben kein Klass mehr. Hier haben wir noch mal ein paar... Was läppst du die auch mal hier rein? Stein... Ja, ja. Vergesse ich. Vergesse ich auf jeden Fall. Ja, ich freue mich das auch zu vergessen. Haben hier Stickies am Start? Natürlich nicht. Neunmal Treppen. Steintreppen. Die kann ich ja wieder gebrauchen für... Ja. Haben nämlich nicht weiße Treppen nicht dafür. Genau. Fuh, 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 fuh. Jaja, hier die Sandsteintreppen. Ne, Treppen. Bruchsteintreppen brauche ich nicht. Was ist das? So, gehst du mit deinem vollen Mund bitte woanders hin. Ich mag das nicht haben, im Ohr geschmatzt zu werden. Ich geh auch schlapp von. Eck, du gehst mich einfach. Ja, ich seh, du hast dich wunderbar hübsch gemacht. Ja. Sehr schön. Extra für dich. Ja, ich find das auch richtig sexy. Ja? Ja. Töne mich schon ein bisschen an. Bisschen nur. Was denn? Das sieht ja so merkwürdiger aus. Ja. Wieso? Du hast ja noch voll viele Hunde bei dem Haus. Ja, ich mag Hunde. Ist dir auch aufgefallen, ne? Ja. Das ist der falsche, falsche, äh. Ich häng fest. Ach, das Tür ist zu. Hahaha. Was willst du denn hier drin? Geh weg. Du stalkst mich hier. 200 Jahren. 200 Jahren. Oh Gott. Aber ich habe immer noch kein, äh, Glas. Ich war, war, ich kann nochmal hier zurückgehen und vielleicht hab ich da viel Gas. Hahaha. Du sagst. Ach, hier ist doch Glas, hier ist doch Glas. Hier ist doch Glas. Hier ist doch Glas. Ich hab ein Glas gefunden. Aber es sind nur vier Stücke. Das ist zu wenig. Aber vier Stücke. Aber schon vier Stücke. Vier Stücke kann man wieder ein Stück weiter bauen. Ich baue. Die baue ich sofort an. Sofort anbauen. Sofort anbauen. Die vier Stücke kann man. Zurück gehen weg und dann kann ich viel Glas holen. Soll ich viel Glas holen? Ja, hol mal viel Glas. Äh, da muss ich ja verschwinden. Da muss ich so viel woanders weggehen. Ist es schon wieder Nacht eigentlich, oder? Nee, noch nicht. Es ist nur so dunkel. Ja, es ist keine Nacht. Grundstehen Creeper. So. Bist du runter? Mal sehen, wenn ich hier runter schoße, bist du tot, glaube ich. Du willst hier runter. Nein, ich will da nicht runter. Ups. Du bist lebensmüde, ja? Hör mal auf der Welt, bitte. Au, du bist runter gesprungen. Schade. Dann brauchen die Hunde ja nicht mehr kommen. Meine 13 Level. Die sind weg. Vielleicht solltest du noch schnell herkommen und deine Sachen einsammeln. Dann hast du keine Sachen mitgehabt. Doch, die liegen da unten. Dann die Löffel schwimmen da unten rum noch ein bisschen, ein paar Stück. Aber da ist ein Creeper. Wo ist ein Creeper? Ich sehe keinen Creeper. Ach, da hinten ist ein Creeper. Den kann ich ja töten. Böger Creeper. Böger Creeper. Böger Creeper. Böger Creeper. Böger Devil. Daneben geschlagen. Das kann ich auch nur mit dem schlagen, ne? Böger. Böger тел, ne? Böger Metro. Wir müssen die Türpître setzen. Ist doch hartunter. Jetzt Là'Mn auch noch ein Zombie am Start. Hier, hier ist doch zu wenig Licht. Ich habe keine Fackel am Start. drei stück habe ich hier sollte man hier stellen verfahren hier hat der ecke dass man kreiber ehrlich und da hinten ist auch zu tun ja ich mag wenn ich haben noch ein beta server beta 1 7 3 sorgen das ich hab darauf gespielt verfolgt ist besser als die heutige will ich finde das ganz okay so die ewigen nur klar hat die ewigen nötler so ich brauche glas schaufel wollte mir noch kräften nicht doof kopf und lolo die gieß und noch es gibt keine geile musik mehr alles so richtig aus ein mir schrocken aus was keine geile musik mehr wie werden keine geile musik mehr alles so langweilig als mainstream ja so richtig ausgelöst da muss man so ein bisschen durch die gegend gucken so mal zwei schaufeln mitnehmen so jetzt geht's los schaufeln ne schaufeln bis der arzt kommt wo hab ich das denn eigentlich damit keine ahnung halt damit geh raus wer wie geh raus achso du stalkst ihn grad ne dann bau ich mich halt hier hoch dann kann er nicht sagen geh raus aber ach der hat ja keine fenster der hat ja keine fenster wo doch nicht hier unten volle fenster ja unten aber nicht hier oben woher hier oben ist dann so ein dunkelraum guck hier ja riecht immer ein fenster nur hier ah doch da wie so ein höhlenbewohner ja höhlenbewohner halt hier hässlichen was hat er für einen hässlichen Kopf auf endem endem glaube ich hässlich du bist so hässlich das letzte hier noch vielleicht noch was versteckt gut so hat eigentlich den knopf da in der Mitte ich weiß es auch nicht hier ist gar nichts versteckt ich glaube es sein können so ich bin mal oben und dann schaufeln ich komm mit falsche richtung wo gehst du denn hin da muss ich hin trodeln ähm ja hier dir das dann bleibt natürlich nö schämecken machen guck mal guck mal guck mal wenn du es ersetzt wenn du es ersetzt gegen was anderem aber das ist zu wenig sand das bringt eh nichts aus von daher ja danke hahaha so guck mal wie schön das ist wo hier alle lass mir mal kurz ich hab noch anderen ich hab nen cooler shader noch boah der cooler shader ist ja richtig geil wir müssen da hinten hoch das ist ja ein falscher weg gewesen ne lauf mal tut 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 wo war doch hier ne sandfläche ja unten im wasser ne die sind schon alle weitgehend abgeschraubelt ist nicht mehr so viel ne doch und das hier auch so fliegende 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 schlötze und hier bäume die ohne ohne wundern waren auch wieder die kinder hier zugange mhm und hier ne mine ne hä wir haben die tnt probiert ausprobiert wahrscheinlich guck hier unten ja 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 sieht aus sieht hier wie ne äh sprengung ja mehrere sprengungen ja komm ich nicht jetzt her ach da ich glaub ich so schnell verlaufen ich hab die montierungssinn gleich null aber ich hab noch ein bisschen erde kann ich das hier immer zu machen so hopp so hier ist ja auch viel erde aber unter wasser ist immer so problematisch unter wasser zu farmen ähm alter die muss ja alles verbessern dauert das ja lange mhm so lässt sich naja dauert halt ein bisschen länger als abbauen ne genüsslich unter wasser bauen lolo 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 ich glaub irgendwo haben wir jetzt Wassereinbruch hier hab ich jetzt ein Loch reingehauen ich guck mal da irgendwo muss das gehört hier irgendwo jemand hat hier eine Höhle so gebaut mal ein Fenster rein hopp schaufeln 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 wir alles haben wir alles haben alles mein Sand alles meins nicht das Sand hier an der Wand nehmen ne welches Wand hier die Wand ich seh dich nicht wo bist du denn hier in der Höhle ach da den Sand nicht hier nehmen den hier meinst du oder oder den hier den hier den hier den da warum nicht hier ist immer Wasser hier meinst du nix ich brauch den Sand ich brauch jeden Sand kannst doch bei dir da den Sand nehmen da nein hä was bringen da die Fenster hier ist eine Mine ha .. von wem denn .. ne geile Mine da kann man was geiles reinbauen bau doch wuup wo es heute Nacht wir müssen glaube ich wieso komme ich hier nicht mehr raus hier HA? so brauchen wir zu essen Ich weiß wo wir sind wo sind wir denn ich komme komm mal da rein ne ich muss schaufeln kein Zeit es wird dunkel ja mach doch nix ach stimmt wird dunkel wir kommen mal in die Höhle rein warte wird gleich da wo denn? wo ist er denn? äh ich such grad selber den Weg da ist er doch auf und auf hier unten einfach reinkommen wo kann ich reinkommen? ja einfach hier Stein weghacken das ist der Platz hier da oder so komm nicht durch, bin zu dick jetzt komm ich durch ach ich bin da ah? ich komm selber nicht hoch wir sollen auch nicht aufhören ah tut's auch so ach so und was soll ich jetzt hier? ja mitkommen oh hier ist Sand ich bin ja unter Erde ich werde nicht so nass und so das ist ja cool das ist kein Sand ach das ist Kies verdammt scheiß das ist scheiß Kies oh das sieht doch bei mir gleich aus ich muss unbedingt in Shade erinnern das sieht man das sieht gleich aus Sand und Kies sieht bei mir gleich aus hier ist aber Sand ein Sandblock hä? aber ich hab gar kein Kies in meinem Inventar Sand? Sand du erzählst mir was man fährt das ist Sand das ist Kies das ist Kies? ja und zeigt er bei mir kein Kies an? Sand Sand das ist Sand du Horst nein das ist Kies Gravel aber wenn du meinst dann hackt ab für Spaß das steht bei mir wo ist denn hä? ich muss doch jetzt Kies in der Tasche haben ohne Ende ja ich schon ach da Kies ach so na toll im Inventar ist das grau so draußen ist das gelb wie scheiße ist das ich muss um das das muss guck hier das müsst ihr dir bekannt vorkommen das sieht hier ach ja wir sind hier unter der Treppe ach ja ok komm schlafen gehen und schon das erste Sand schmelzen hier um Glas zu bekommen aber hier ist gar keine Kohle mehr drin in den Ofen verdammt das ist aber schade hm der hat noch der hat noch Kohle aber der hat keine Kohle mehr hier das ist aber tragisch das ist wir gehen schlafen jetzt was denn? das ist wir gehen schlafen ja wir gehen schlafen jetzt gleich jetzt los ja und was mit Ben? Ben muss auch schlafen gehen oder den Server kurz verlassen den Server verlassen müssen wir beiden so Kies rein damit scheiße Feuerstein das ist interessant hochsteigen rein damit was denn? wie klasse ist das jetzt eigentlich Ben? dritte hat der jetzt schon Englisch? ja klar oh hä? oh schon Englisch schlafen gehen wollte ich ne? ja lauf 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 ich will auch gerne wieder in die dritte Klasse ja ich auch ja ne? ja das war schon cool als Schüler so aber das ist bei mir ja noch länger her wie bei dir so ich bin noch in der Schule meine letzten zwei Monate ja genieße sie ja ich hab halt Sommerferien was denn? ich hab halt Sommerferien früher früher als einer? meine letzten ne später am 27 also am gleichen Tag wie Ben ach so okay hast du schon zwei Monate Sommerferien? ja im Juni schon wieder so früh? war letztes Jahr schon so früh? also jetzt eigentlich noch genau drei Monate am 27 hab ich mal jetzt okay so so schlafen so aber ich bin ja keine Abschlussklasse ne? ne achso warum denn nicht? weil ich keinen Abschluss da mache aber du machst keinen Abschluss? du machst ja weiter oder wie? ja na gut das find ich gut solltest du auch machen ich mach ja danach fang ich direkt meine Ausbildung an du fängst gleich direkt eine Ausbildung an? ja dieses Jahr ist ja nur um meine Ausbildung um ein Jahr zu verkürzen ach so ich bring dann direkt ein zweiter Ausbildungsjahr durchs Leben ach okay ich hab gedacht du machst auch Schule weiter ach so okay was machst du dann? ähm hab ne Ausbildung bei Tillmann gekriegt Tillmann? ja Tillmann Stahls Metallbau ach Metallbau okay ja ja da hast du mir schon erzählt ja stimmt ich meine mich zu erinnern so so hör zu hier hast du wieder Erde 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 klatschen komm Erde oder Sand? Sand 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 ähm warte mal jetzt mach ich dieses komische ich mach mal mein mein das Ressourcenpaket aus mein Shader Default ne Shader natürlich an aber Default das Ressourcenpaket okay mach ich aus cool ich will mit das Ressourcenpaket ja ich muss das Ressourcen was wir dann benutzt auch zack aber ohne sind es auch alles so mit Shader trotzdem Geld das geht trotzdem ja auch so ich geh mal wieder hoch und hol mir Sand so zack 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 und dann zieht die Sonne durch die Blöcke unten so äh hast du dann Hadekong auch schon mal gehabt das Ding äh finde ich eigentlich ein bisschen lästig aber auch der Erde sollte gar keine Sonne mehr scheinen ja das ja hier ist doch jede Menge ich fand sich das Shaderpack einfach geil so die neue den ich jetzt hab so dann klatschere ich mal die Erde hier so um meine Umgebung weg hier du kannst eigentlich hochkommen und einfach die Erde einsammeln es ist hell hier ey oh ich hab kein Inventarplatz was denn? kein Inventarplatz kein Inventarplatz kein Inventarplatz mach dir Platz da kommen da kommen da kommen ein Zombie auf mich zu komm her komm zu mir komm zu mir hopp tot das ist doch so ein Texture Pack geil aus zack zack wer nennt das heute eigentlich noch äh Resource Pack statt Texture Pack uah schwimm hoch schwimm hoch so hm hm so so und dann gehen wir mal hier hin nach Nächste warum müssen wir die beiden weg hier so bisschen weiter zurück oder graue ich mal die Umgebung benutze ich jetzt erstmal meinen Sildo Shader für Unterwasser und wenn ich raus wäre halt den anderen wieso muss ich hier alleine in die Erde klatschen was ist denn hier los? muss mal die Verstärkung hin was? oh Schaufel kaputt Nächste brauchst du Erde oder Sand? Sand sagst du die ganze Erde ja ich sag Sand nee haha nee nee hab Spalterei du bist aber auch pingelig ja bin ich ja was dagegen ja okay das nervt mich total mach mich aggro das hör ich auch pingelig zu sein nee das nicht achso das ist auch pingelig zu sein nee also machst du schön weiter nee auch nicht schwimm hoch oh man ja in Musik ist alles ausgelutscht wieso? es macht echt keinen Spaß wenn Musik es gibt so viel Musik es gibt so viel andere Musik noch ja alles nee ist so gut oh langweilig Schandmaul ist sehr schön was? Schandmaul in Extremo ist auch cool was ist das? Musik das ist Musik richtig handgemachte Musik die können auch richtig Instrumente betätigen das ist ein mittelalter Rock ist das ja ich will ja sowieso Gitarre hab ich Bock wieder zu spielen mittelalter Rock das rockt nee das ist cool ich hab aber Bock wieder auf Gitarre Gitarre? Gitarre spielen? ja kannst du doch hier bei hier im Mexiko Haus kannst du doch kostenloses Gitarrenunterricht bekommen? ja gut aber ich hab keinen Bock dass da Milen ist falls sie wieder hingeht was denn? Milen falls sie wieder hingeht hab ich keinen Bock drauf auf Milen? ja wir sollten ja nichts für die Namen nennen das ist nicht so praktisch wenn wir sie hier bei YouTube na wenn wir sie hier ups wenn wir sie hier herziehen oder so äh das machen wir gut wenn wir sieben drauf machen was macht man nicht? nee das macht man einfach nicht so blub 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 da läuft Wasser ran das ist aber tragisch bald haben wir in der ganzen Region all den Sand weggemacht hm nee da wo ich bin das findest du nicht das find ich nicht das find ich nicht also wo ich mit Mark bin achso ja gut da will ich noch nicht ganz hin komm ist das irgendwie angebunden an unserem System an Verkehrssystem ey wir sind einfach einfach irgendwo mit dem das ist aber irgendwie kacke ne wenn man dann euch mal dann irgendwie doch mal besuchen will oder so für den Mann ja da kriegen wir schon was hin soweit ist denn glaube ich auch nicht vielleicht irgendwie Anbindung bauen oder so ja so eine Wassertunnel wie bei Atlantis ja zum Beispiel aber Fackel Fackel wir sind auf dem Weg keine Ahnung wie Chunkdinger da begegnet wo ein neues Update immer ist diese Abgrenzung da weißt du okay so gib mir den Sand gib mir den Sand mein Schatz so hopp wieder rausschwimmen hm 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 schwimmen wir raus dann rausschwimmen boah anstrengend anstrengend so 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 aber Vorteil dass hier das Wasser auch vertieft wird ist ja auch schön ne da muss man die Vorteile sehen einfach da kann man den Körper rein machen und knallt nicht direkt auf den Boden so so das ist überhaupt kein Problem mehr also ne muss so sein ne so kleine Flussvertiefung hier so was muss ich mal hier schön einsammeln ist noch mehr davon soll mal sein hier alles meins so dann war es mit tipp 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 so wird das gleiche so ich muss ein bisschen Luft holen mir geht die Luft aus so übernehmen was ja ich hab's übernehmen ja ja übernehmen da locker 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 ich bin gleichzeitig wieder angekommen bei drei Punkten fang ich dann an das tauchen wieder aufzutauchen war nicht echt ja so drei sonst wird alles zu knapp dann ich vergesse es immer passiert wenn ich so richtig so in äh so richtig im Pfad bin so dann vergesse ich sowas auch ja ich hab keine Axt du hast keine Axt willst du eine haben? komm komm zu mir ich hab eine ich hab eine achso ok wen hast du denn beglaut jetzt? gar keinen ich hab mir eine gecrafted achso sowas kannst du? ja so die jungen leuten kennt man es eigentlich doch dass sie nur alles klauen nichts mehr selber machen ja so jung bin ich mir auch nicht naja das stimmt aber du bist eigentlich in der schlimmsten Form äh Stufe der Pubertät oder nicht? ne das geht eigentlich nicht ja das geht eigentlich nicht ja das geht eigentlich nicht dann musst du ja mich rein zu einem Ende entgegen ich glaub ich mit 25 oder so ist das zu Ende ja dann komm ich auf jeden Fall dem Ende entgegen und dann sind die dann dann haben wir so ein bisschen ne ein bisschen Ruhephase dann kommt die 30 über 30 dann fängt man an zu altern dann ja das möchte ich nicht erreichen ne 30 geht's los dann so das ist unterschiedlich ne von Mensch bei Mensch bei mir ist auch zu spät angefangen das Altern so aber jetzt gammel ich direkt hier hin das kann ich jeden Tag sehen im Spiel guckt mich da so ein Zombie an so untot ja in der Tat untot ja ja du bist untot ja ich bin untot sehr untot ja ja oh mein Körper so tut als wäre ich tot ja das kann man ja also vergammelt einfach weißt du ja auch letztens nach dem Fußball leg mich so ins Bett dann irgendwann ich bewege mich auf einmal hör ich so weißt du mir ein Gummi aufploppt aus meiner Hüfte raus das hat sich so witzig angehört das hat sich so witzig angehört das ist ekelhaft so knackt meine linke Hüfte so wie als wenn ein Gummi aufkloppt du bist ja auch verschlissen auch du hast dich ja verausgabt du hast dich ausgebeutet man ist hier viel hier ist richtig viel aber er muss unter Wasser arbeiten das ist ein Nachteil ich bin künstlich ein Cyborg ja du musst Angst vor mir haben Iron Man Iron Man? hm ne mach mir nicht so viel Angst Iron Man aber Kämpfer für das Gute ja ich müsste mir Sorgen machen wie ich böse bin ich bin Anti Iron Man du bist Anti Iron Man ja du bist das negative Iron Man davon das Gegenschirm ja ja natürlich meine Taschen voll warum sammelt der nicht ein ne meine Tasche voll ist jede Menge Platz da muss man mal einsammeln hier ja ist das schön das macht Spaß hier Erde zu klatschen herrlich ja ich hab da keine Lust drauf ja ich merke schon wie du mich hier alleine ackern lässt ich widme mich lieber den Sinn feiern du kannst ja weiter bauen ich habe ja schon Sand eingeschmolzen den ganzen Lüttel direkt weiter bauen und dann kannst du dir überlegen was ich baue hier gerade meine Hütte achso dann baue deine Hütte weiter ist okay und du bist bei dir wieder hin zu deinem Baum Dings? ne das nicht ja da weiß ich nicht wie ich da hinkomme das muss ich Marc soll mir die Koordinaten schenken das ist ja vorher weil ich saufe gerade ich höre gerade damit ertrinken so ähm so guck mal wo ich bin das hast du ja vorher machen können ich mach immer sowas dann immer ein Screenshot also drück F3 mach Screenshot und dann gehts mach ich weiter so ja ich bin ich seh dich du siehst mich? ich dich nicht ja hier wo denn? nach links siehst mich nicht? nö unter Wasser zum Fenster ich seh ein Fenster aber seh dich nicht ich bin hinterm Fenster ok seh dich nicht ich seh dich aber ok wie ich fleißig bin also falls du nicht weißt wo du bist ich kann dir helfen der Mond geht auf oder die Sonne geht auf? oh es hat wieder Nacht sag doch mal was ne ich hab ich bin hier unten in der Höhle ich weiß nicht wann es Nacht wird achso es ist Nacht die Sonne geht gerade unter und außer die geht der Mond auf oh Mann oh ja egal wir müssen ja nicht schlafen gehen ich geh jetzt schlafen ich geh jetzt schlafen ich geh jetzt müde ich geh jetzt schlafen ich geh jetzt schlafen du ne? du kommst auch schlafen kommst mit mir schlafen mit mir? das muss ich mir nochmal überlegen kannst du nochmal die Klappe halten? ein was? 1,57 Glas ich hab auch extra das Ding hier wieder zugebaut ja kannst du mir geben ich brauch Glas wieso ist da keine Kohle drin? ich brauch Kohle ah muss ich Kohle auch noch holen du kümmerst dich aber auch nichts ne? alles muss ich mich selber kümmern noch wer? ja ich und du nicht? du bist ein fauler Sack du bist ein faules Schwein meine Hütte faules Schwein sag ich nur ja brauch ja auch nicht schlafen gehen oder? schlafen gehen ist total überwertet ich hab gar keine Kohle mehr muss ich Kohle von oben holen ich hab noch Kohle in meinen Tresor ich muss hochgehen hochgehen da rein Knöpfchen drücken reingeben wenn ich reinkomme und dann Kohle mitnehmen nimm ich mal 64 Kohle mit ich kann eh nicht schlafen Ben ist grad am Fahren ja lass ihn doch mal ich baue jetzt auch das Glas dann wieder ich hab eh ja Glas ok also keine Bauch ich kann weiterbauen hast du weiterbauen ja tschüss tschüss streitschlichten streitschlichten das mach ich mit ein Schwert so aber er findet mich nicht das ist ja das Gute hä? nur du weißt wo ich bin ich weiß wo du bist ich weiß wo du bist ähm hat man hier eine Ramschkäste gehabt eine leere Ramschkäste alle voll die Ramschkästen ja hier ist eine leere Ramschkäste da kommt das wieder rein dann hab ich noch hinten Öfen die kann ich auch noch befeuern damit jede Menge Glas bauen kann ich glaube da hab ich auch erstmal für die nächsten Minuten genug zu bauen ich hab Kohle das ist gut du siehst die Öfen ja brauchen wir auch noch Fackeln aber wie viel Kohle ist hier denn ey so das kommt hier rein was hör ich denn jetzt so Musik das kommt auch hier rein Musik 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 halt so mal ne Mischböldeinstellung geh doch kugeln hier mittelalter Rock oder so das gefällt dir bestimmt auch nee magst du das nicht? nee warum nicht? generell Rock hör ich nicht aber mittelalter Rock ist anders ja das ist mit diesem wie heißt das? was? mit ich kann es nicht erklären das ist schlecht warum kannst du es nicht erklären? ich brauch doch alles in der Kohle ich hab was gerade richtig im Kopf Vakuum achso soo das schmeiß ich mal hier rein dass wir hier auch gar keine gar kein Sand mehr haben das finde ich erstaunlich wir hatten mal so viel Sand davon gehabt aber die Kästen alle leer ja du hast aber einen Turm in einem alten Dorf da gebaut ein was? ein Turm ein Turm das ist nicht auch aus Sand wo ist ein Turm? in einem alten Dorf ja da baue ich noch nichts ab das bleibt doch so ja aber da hast du doch auch Sand gebraucht hä? du hast doch da einen Turm gebaut einen Leuchtturm ja und? ist der nicht auch aus Sand? ne das ist aus Sandstein und wozu brauchst du jetzt brauchst du auch Sand für hier brauche ich jetzt Sand weil ich jetzt Sand brauche ich ja jetzt hier für Glas für diese für diese Brücke die ja immer runter rum gehen soll halt ne? deswegen deswegen sonst nicht du hast ne Hexe mach ich dann ne Treppe oder mach ich in der Mitte ne Treppe um da zu kommen oh 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 also dann für 20 Euro dann für die Probe und die Freude zu bereiten dann für die 280 die ich hab das so weit gehört aber heute Morgen ich hab nur dann noch die Anfänger von der Anfänger perfekt dann hat's jemand so das ist was hast du denn da? ich? ne Ben baut er falsch warte so als hätte er dich grad gehört ne? ja so zack 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 das wär zu schön da hat er schon gehört so alles klar das wär doch ne? das wär doch das wird geil aussehen ich denk das wird geil aussehen was hat er jetzt hier gemacht? das sind? viel haben wir schon behoben du machst du spät so ja hab ich mich extra beeilt ne? hast du das mitgebracht? ne warum denn nicht? aber ich hab zwei Sand das ist zu wenig aber ich hab was mitgebracht ja das stimmt das muss man ja mal positiv vermerken irgendwie ne? ja ok Ben sieht mich nicht also kann ich schnell reinlaufen schön ich brauch noch mehr ich brauch noch mehr zack 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 so so ach schon wieder das nächste Lied zu Ende ach wie schade oh Ben ist bestimmt fast tot der ist gerade runtergefallen ja schön aber er ist nicht tot oder? nein er ist nicht tot aber er hat bestimmt gar schon eingebüßt gleich würde er tot sein jetzt legt er sich mit einer Hexe an und wo er noch ja hat er tot gekriegt alles klar aber er hat Federfall an seinen Schuhen dann passiert da nix aber er hat Federfall an seine Schuhe ja die die sind ja sowieso wir spielen in Minecraft was haben die denn alles ey so viel haben wir früher gespielt ach so viel haben wir grad mal früher gespielt ja so einen noch ja noch ne Reihe noch ne Reihe so mal trotteln nicht dringeln das fall nicht runter so dann kommt hier klasse so ne runter fällt hier versichtlich oh ist doch runtergefallen ah das ist aber tragisch ups was was macht er denn mal werft er sich denn da runter zwei drei äh vier eins zwei drei vier so ja dann vergesst du die Schifftaste zu drücken so 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 auch wieder alle mal schnell wieder die zauern bauen sonst das noch eine runter fällt so ich nicht bin aber so geschickt du hast mich das erste mal runtergeschlagen ich ja doch nein ich hab's doch gesehen nein ich hab gar nichts gemacht Du hast dich selber runtergehauen Du hast mich geschlagen Du hast mich geschlagen Und meine Rüstung hat Dorn Ich denke mal, die haben dich zurückgestoßen Echt? Ja Ja, warum sagst du mir sowas nicht? Wieso kreist du mich an? Weiß ich nicht Macht immer so Spaß Ja, das stimmt Jetzt hat es keinen Spaß mehr gemacht Jetzt ist die Grenze überschritten Die Spaßgrenze Die Spaßgrenze war weg, ja? Jetzt habe ich von 13 Level nur noch 7 Level Geht eigentlich, nur bei kriegt man nur 3 Level oder so wieder Hier bei, äh Hier bei geschlafen hat Das ist so weit weg Sonst verschwindet meine ganzen Sachen Da brauchst du ein Teleportbefehl Äh, wir brauchen ein Teleportbefehl noch So, dann muss ich ja noch Guck mal, selbst er kennt den auswendig So, wie gehst du denn noch? Ich bin nur 40 Bin nur 40 Bin nur 40 bis dahin dann muss es hier wieder bis hier hin so soll das gehen dann selbst das sinnvoll ist dieses lips zu nehmen das ja mal runter rum das sind deine hunde ist nicht meine hunde das sind deine hunde sie meine das sind deine achso falsch eine ein höheres eine ein höher das sind deine rufkopf wessen hunde sind das ich habe keine so meine hunde da weiß jemand dass er hunde hat so es habe ich gar nicht angebracht das lieb so warum sind sie verrückt weiß ich auch nicht hat den vielleicht so hin erzogen verstehe ich nicht verstehe das nicht genau dann machen wir hier sonnen was ich jetzt so so nachher weiter noch ein höher machen damit ich dann hier also hier nicht hier muss ich und dann hier kommt dann hier über dieser klassraum Glasfetzer auf, so. Muss hier noch einer hin? Ja, auch, damit das dann passt. So. Was so gemacht werden, so. So. Genau. So wird es werden. Da geht es ja auch weiter nachher. Da geht es auch weiter. Ja. So. Okay, machen wir es so. Achso, hat mein Glas auch hier, oder? Warum schon wieder? Ja, schon wieder. Kannst du mich noch mal telefonieren? Sag mal, ist das doof oder was? So, weiter geht's. Meine Hunde kann ich immer noch nix machen und so. Also aufpassen, dass seine Hunde uns da nicht runterschubsen nachher. Das wird doof. Aber meine Hunde. Seine Hunde. Aber meine Hunde. Ja. So. Ey, ihr und eure Hunde, ne? Ja, echt nervig. Ich weiß. Und dann. Nee, nee, hier nicht. Da nicht. Da, ne? Und dann kommt da noch ein Stein hin. Steine Hunde. Äh, hast du das Glas? Das, 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 das. Da kommt hier noch was rein. Dann kommt hier, das geht es hier. Sind nur zwei breit? Ja, ist nur zwei breit, ne? Oder ist drei breit da drüben? Muss ich mal checken. Ist zwei breit, ja. Und dann, ja, klar. Durch die Fenster wirkt das breiter. Alles klar, ne? Ist alles richtig. Ich verstehe nicht, was hier, was habt ihr hier reingemacht? Was auch nicht? Ist hier so zwei Gänge drin? Wo sind zwei Gänge drin? Ja, wo ich hier drin bin. Da weißt du nicht, wo du bist. Das sind wahrscheinlich so alte Sachen, wo man einfach nur gegraben hat oder so. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Vielleicht haben die Kids auch irgendwann ein paar noch was weggebuddelt. Machen wir ja gerne so als Kinder, ne? Ja. Aber alle, sag mal. Ein paar Löcherbuddeln, ein paar Löcherbuddeln. Genau. Vielleicht gibt es ja was Neues, was die nicht kennen. Ja, genau. So, ja. So geht's. So geht's weiter. Schon eine grobe Vorahnung, was es wird, ne? So. So, selbsttragendes Glas. Das ist, ähm, ultra stabil und ohne Eigengewicht. Ohne Eigengewicht. Ohne Eigengewicht. Und man würde es ja längst wegbrechen jetzt, weil keine Stütze da ist. Keine Säule, die es trägt. Ist doch gut, wenn es so hält. Glas ist ja stabil, ne? Na ja, das ist ja, dieses Glas vor allen Dingen hier. Panzerglas. Ja, aber... Ja, so. Jetzt brauche ich nochmal ein paar Fensterscheiben. Die habe ich glaube ich noch. Alter, ich brauche keinen Ventilator im Sommer. Mein Vogel gibt schon gut Wind. Oh, ist das angenehm. Da ist er. Nehmen wir beide mit. Dann gucke ich mal, ob die Öfen da fertig sind. Und dann muss ich gleich wieder raus und dann klatschen gehen. Ruhensammt, ne? Zack, fertig. Wunderbar, fertig. Wunderbar, fertig. Wunderbar. Nicht fertig. Warum nicht? Weil er keine Kohle hatte. Das ändern wir. Nehmen wir aus dem Ofen, tun es da rein. Hat dann da... So, der hat auch keine Kohle. Dann nimm mal aus dem Ofen die... Der hat keine Kohle mehr? Was ist denn los? Der hat auch keine Kohle mehr. Und hier los. Ich habe keine Kohle mehr. Alles geklaut. Du hast alles geklaut? Das war mir so klar. So ein Schweinbiss. Ich mache alles, alles klauen, alles meins. Ich klaue Pascal. Ich klaue jetzt Pascal. Hast du überhaupt noch Kohle? Weiß ich nicht. Mal gucken. Ne, da hat auch keine Kohle mehr. Ist auch sehr schön geklaut worden. Ich habe Kohle. Ich komme. Ich brauche Kohle. So. Nehmen wir mal raus hier. Hast du Kohle? Ja, ja. Kohle. Gibt ja auch noch ein bisschen Kohle. Ich habe mal eine andere Kiste. Wo bist du denn? Ich war gerade in Pascalshaus und bin in eine Enderkiste gegangen von mir. Von seine. Und da ist ja meine Sachen drin. Also, das ist ja toll. Eine Enderkiste ist ja toll. Ich bin hier in den Ofenhaus hier. Ja, in diesem Minilagerhaus. Und das jetzt hier bin ich. Ja, guck mal hier. Hier kriegst du ein paar Kohle. Kohle, 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 danke. Da ist noch eine. Okay, Kohle. So, ich mache mich hier rein. Ich habe gesagt ein paar. Läuft, 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 läuft. Hier sind viele Hunde von dir, ne? Hast du? Hier sind viele Hunde von dir. Oh Mann! Ich dachte, die sehen mich nicht. Töten sie dich. Deine Hunde, ne? Darf ich sie alle töten? Nein, nicht eine. Nicht einen? Nicht einen. Ich liebe sie alle. Ja, den möchte ich ja auch nicht töten. Du darfst gar keinen töten. Das ist ja mein persönlicher Wachhund. Du darfst gar keinen töten. Kein meiner Wufis töten, ja? Ich liebe sie alle. Ich brauche ein Schild. Oh, da ist sogar noch ein Schild in der Kiste. Von mir. Ja, ist aber schön. Es wird, es wird, es wird. Ah ja. Genau, jetzt brauchen wir hier die Abwände. Okay. So. Da geht's weiter. Ich möchte ja nicht runterfallen. Ich möchte nicht runterfallen. Ja. Dann müssen wir mal vorbeikommen, damit ich nicht mal wieder direkt moppen kann. Warte. Warte. Komme. Ich habe ein Schilding gemacht, da, dass die da nicht treten. Äh, muss ich mal checken. Äh, ich glaube, ich muss ein weiter rüber, ne? So. Ja. Darf ich dich da runter schlagen? Äh, ich glaube, wir haben ein bisschen zu weit gebaut. Scheiße. Mal schauen. Da hast du schon so wenig Sand, ne? Verbaust du dich? Dann verbaue ich mich auch noch. Das tut weh. Das tut weh. Was denn? Nein. Das dann nicht. Das ist ein Schiffdruck, ne? Äh, eins, zwei, drei, vier. So, ist richtig. Ne, ist richtig. Alles richtig. Nichts falsch gebaut. Alles richtig. Alles richtig gemacht. Du bist jetzt nicht richtig weit hier. Aber wir müssen ja echt langsam mal zum Bedrock runter. Ja, du kannst ja unten, wenn du Langeweile hast, kannst du ja die Steine kloppen. Ich muss noch meine Wohnung fertig machen. Ich muss schon überlegen, ob ich in den Kreativmodus gehe und das einfach alles wegkloppe. Ja, ich werde TNT einfach die ganze Überein platzieren, ne? Ja, so viel TNT habe ich nicht. Ja, aber im Kreativmodus. Achso. Das ist so unkontrolliert. Das hatte ich mit dem Tunnel gemacht. Das ist danach hast du so viel, äh, Aufräumarbeiten. Hm. Das schockt er auch nicht. Aber gut, aber ich glaube, Kreativ nutzt auch. Und vor allen Dingen, ähm, die Erdschätze kannst du ja, sind dann auch weg. Also das ist dann, wenn du auf einen Diamanten stoßt oder so, das willst du ja bergen und nicht, äh, einfach wegsprengen. Ja, stimmt. Du willst jetzt wegbauen. Wegbauen, oder? Was? Was wegbauen? Diamanten. Diamanten? Diamanten? Das ist für mich. Weißt du nicht, weil ich gierig bin? Genau. Gierig. Aber steck dir. Das sind meine immer noch. Meine Miene. Meine Diamanten. Nein. Nein. Meine Diamanten, das ist meins. Nein. Doch. Ja. Nein. Doch. Ich denke mir, hallo, ihr gierigen Säcke, geht weg von mir. Aber du. Alles meins. Meine Mine. Meine Mine. Nein, da steht mein Name dran. Alles, was hier unter, unter, unter der Glaskuppel ist, ist meins. Ich habe hier gerade bei, äh, bei Simon seine Mine gesperrt, hat er ein dickes Schild hingestellt. Bereich seines Hauses verlassen. Ich habe hier noch mal eine Berufsamkeit spezieller Arme. Ja. Ja. Äh. Wenn man Federmassen hat, wird es nicht abgeben. Ja. Kannst auch mal weg. Zu spät, würde ich sagen. Ich habe es schon weggeschlagen. Kannst aber wieder mal. Kannst du irgendwie gut aus? Sieht schon irgendwie gut aus, oder? Vorstand, davon hast du mehrere Stück. Auf verschiedenen Ebenen. Wie habe ich Abstand gelassen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, der achte, der achte, der achte, kommt wieder ein Block hin. Also acht Abstand immer. Ja. Das wird schön. Das wird so schön. Aber es sieht schon gut aus eigentlich. Weißt du, so von beiden, so, ja. Ich muss mich selber loben. Zu meinen Ideen. So. Das tut ja sonst keiner. Wir müssen grüßen wahnsinnige Sachen, ne? Nicht irgendwie was Kleines, Schönes. Nein. Es muss alles gigantisch groß sein und endlich lang. Ja, die Kleinen hat man ja schon alles schon gebaut. Wochenlange Tunnels und sowas. Ein halbes Jahr Tunnelbau gehabt und so. Ah. Ersten? Glaubst du? Ja. Nein. Das Geheimnis, meine. Top-Secret. Eine Top-Secret-Waffe. So. Oh. Und lass das alle. Ah nein, ich hab noch 64. Ich hab noch 64. Ha. Es geht weiter. Ja. Ich hast du voll viel. Das wird so gut, das wird so schön. Das ist ja hervorragend. Das wird grandios werden. Ippisch. Ja, ich hab Eisen gefunden. Ja, bau ab. Zwei Stück. Wie viele habe ich jetzt? Ne, das ist zu dicht drin. Okay. Das war ein zu viel. Alles klar. Jetzt schnell die Sperrung bauen. Nutzfälle. Nutzfälle. So. Irgendwie Tentakel von der Tittenfische durch die Fenster hier runter. Da hinten, du. Das sah eklig aus. Hör, wie kommen die denn da durch jetzt? Bisschen durchgepackt. Ja. So. Okay. Zwei. Ja, ist richtig. Richtig. Du bist eine Spinne. Ich bin froh, dass bei mir nicht so viele Monster sind. So, eins, zwei, drei und vier. So geht's weiter. Drei und vier. So. Zwei, drei. Shader ist doch immer alles so dunkel, ne? Jim Knopf läuft ein Kino. Willst du den Jan gucken? Ich bin gerade in meiner Wohnung im Bad. Wie bitte? Ich bin gerade in meiner Wohnung am Bauen. Ach so, ich rede aber vom Kinofilm. Welchen? Jim Knopf. Magic Knopf? Jim Knopf. Kannst du Jim Knopf nicht? Nee. Augsburger Puppenkiste war es dann. Jetzt ist das Spielfilm in Kinos gekommen. Echt? Ja. Musst du mir gleich mal einen Trailer angucken? Ja. Kennst du Bailey, ein Freund fürs Leben? Wer? Bailey. Wer ist das? Ein Hund? Ein Hund. Ah, hab ich mir schon gedacht. Ich hab hier schon mal gehört. Ein Gold Retriever. Ah. Es gibt so viele Hundefilme. Das ist voll der süße Film. Ja, meistens auch immer so traurig und so gemein und so. Der war echt traurig, kurz vorm Ende. Ja. Und dann hat der, der hat immer so ein neues Leben. Sobald er gestorben ist, hat er ein neues Leben gehabt, halt neue Besitzer und seinen ersten Besitzer halt so mega geliebt. Ah. Ja, und dann irgendwann mein neuer Hund, immer ein neuer Hund und irgendwann ist er in der Nähe seines alten Besitzers und hat halt als neue Rasse seinen alten Besitzer gefunden. Okay. Das ist interessant. Und er hat auch erkannt, dass es der gleiche Hund ist. Echt? Mit so richtig geilen Happy End. Happy End ist toll. Ja, ja. Ich sag doch, man wird wiedergeboren. Ja, das ist immer nochmal wiedergeboren. Hinten hängt die Spinne wohl zu mir. Jetzt bin ich aber nicht mehr da, du dufe Spinne. Hed you bitch. Das wird ein Problem, wenn das die Spinne auf die Etagen rumhängen werden hier. Nur wenn sie unter der Etage sind, das ist egal. Aber wenn wir dann rumkommen in die nächste Etage, dann naja. Bin geil, keiner von euch findet mich. Ich suche dich auch gar nicht. Das ist ja das Schöne. Das ist das Traurige. Was, ist das Traurig? Ja. Wir sind halt mit wichtigen Dingen beschäftigt und machen nicht so einen Scheiß wie du. So einen Quatsch. Schnicke, Schnacke. Da bist du ja. Oh, hast du mich schon wieder gehauen, du Sack? Nee. Oh. Da hast du wohl. Schon wieder einen Hund. Für die Hunde, die ihn hier haben. Weiß ich. Geh durch. Oder so. Oder so, oder so. Hinsetzen, hinsetzen. Meine Stimme geht schon wieder. Hinsetzen, so. Oh, Joachim. Ja. Die Stimme geht immer weg. Ja. Komm, ein Gefühl, wie dein Stimmbruch. Du bist doch nicht mehr in Stimmbruch. Du bist zu alt dafür. Ich komm wieder erneuer. Ich brauch Glas. Ich muss gleich wieder meine Schaufel los. Ich hab vier Sand, komm mal her. Vier Sand ist zu wenig. Ja, aber dann kannst du. Dafür komm ich nicht vorbei. 64 Sand, kannst du sagen. Dann komm ich vorbeigedackelt. Oh, hier ist noch 44 Glas. Alles ausgeplündert, ne? Nichts mehr Glas. Fein Glas, ne? Gut, war ich auf dieses Glas noch? Oh, wir knacken die Knochen. Wir knacken nur noch die Knochen. Wo bist du? Ähm, bei dieser Hütte wieder. Das Lagerhäuschen. Ah. Ja, komm mal zu mir. Ich warte auf das Glas. Nö. Doch. Ich warte auf Glas. Musst zu mir kommen. Nee. Stoff ist da am Ofen da. So ein Ofen an der Wand. Stoff einfach rein da. Ich bin aber bei mir. Dann tust du es bei dir in den Ofen. Ja. Hab ich. Das ist so fein gemacht. Und jetzt? Ja, fertig. Echt? Ja, das war's. Aber keine Kohle. Oh, da musst du Kohle reintun, natürlich. Herrlich, herrlich. Gut, ich glaube, ich soll den Aufnahmestopp drücken. Ich glaube, die Folge wird sonst zu lang. Wie lange nimmst du noch? Kein Mensch, kein Mensch. Seit dem Mittagessen. Wie lange ist das her? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ich sollte stoppen. Dreieinviertel Stunde? Kein Mensch guckt bei mir in einer halben Stunde. Die Statistik sagt, dass... Weiß ich gar nicht mehr. Die gucken nur wenige Minuten bei mir. Ich glaube, ich meinte, das ist so kotzig langweilig. Ja, bei mir gucken die Pizze ja auch nicht lang. Nur Minecraft PS3. Nur PS3 werde drauf geguckt. Okay. Das kommt so hart an. So soll ich vielleicht Xbox One Minecraft spielen. Vielleicht. Da habe ich da vielleicht auch mehr Erfolg. Gewohnung der nicht. Ich will jetzt erst mal Staffel 2. Entweder auf der 360 machen. Also die Staffel 1 muss ich halt nochmal richtig beenden. Okay, ja. Dann kommt Staffel 2 auf PS4 oder auf Xbox 360. Aber das ist ja nett. Dann kommt Staffel 2 auf PS4. Und Staffel 5 dann auf der Xbox One. Schön. Dass ich alles einmal durch habe. Aber wenn du schon eine Werbung machst, musst du auch deinen Kanal sagen. Das finden die Leute jetzt gar nicht. Mein Name ist Teufels-LP. Nee, auf meinem Kanal gibt es halt. Ja, auch Minecraft PS3. So rund um alles auch ab und zu mal Vlogs. Ist aber sehr selten. Und ja. Weil du faul bist. Nicht, weil ich faul bin. Ich habe vergessen, Fensterscheiben mitzunehmen. Ich wollte sogar, weil ich ja gerade mein Autoführerschirm mache. Meine Fahrstunden auch nehmen. Weißt du, wie so der Teufel macht Führerscheiben. Also mit der Action-Camp oder was. Ja, also Teufel macht Führerscheiben. Mein Fahrlehrer geht. Der ist richtig entspannt locker. So richtig witzig auch drauf. Ja, der muss das ja erlauben. Ja, das ist ja das. Und der hätte es erlaubt, aber. Ja, der macht das doch. Das habe ich ja schon Fahrstunden gemacht. Ach so, das ist schon zu spät. Das ist schade. Das ist ja schade. Ja gut, das ist 2, also 5. Ich brauche Fensterscheiben noch. Habe ich hier noch welche? Scheiben, 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 Scheiben. Nein, ich muss neue Scheiben machen. Das ist ja tragisch. Ah. Hm. Das ist aber doof. Das ist ja mal doof. Neue Scheiben. Hier auch keine Scheiben mehr drin? Ah. Für mich wird schon gemobbt, glaube ich. Ist ganz schön stark gemobbt. Das ist so gemein. Das sind mich alle so gemobbt. So. Äh, 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 äh. Habe ich jetzt genug? Jetzt habe ich genug. Erstmal wieder. Ein paar Meter reicht das erstmal, hoffe ich. So. Okay, dann kommen wir wieder zum Bauen. Ja. Ja, ich denke so. Ja. Ich frage mich, ähm, ja, was machst du denn eigentlich anders? Dass bei dir die Leute eher gucken als... Ich hatte wo PS... Ich habe ja mal so drauf gehofft, dass Minecraft endlich auf der PS3 gibt und dann bin ich mal online gewesen und hab gesehen, oh, jemand hat Minecraft PS3 hochgeladen. Und da darf man nicht lange warten und dann muss man direkt rausholen, weil das gerade so gehypt wird, weil es endlich auf der PS3 gibt. Ah, so. Und dann direkt rausholen und halt viel mit der Community arbeiten, das ist immer so. Ja. Wenn du alleine machst, ist es nicht so, halt wenn du... Community arbeiten heißt, du musst die einladen zum Mitspielen. Ja, einfach so Zuschauer sagen, okay, alle die gerade online sind, wo einfach random in der Liste reingehen, die dürfen dann spielen, Haus bauen, bis das Haus fertig ist irgendwann. Aber, ähm, ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass es komische Leute da draußen gibt. Ja, ich habe ich auch gemacht. Die dann auch am Anfang, äh, Penis-Symbole hinstellen oder Hakenkreuze. Ja, stimmt, stimmt. Da kann ich mich noch dran erinnern. Ich habe da ganz schlechte Erfahrungen und vor allem hat mein Haus abgebrannt. Mein Haus wurde auch abgebrannt. Lava über mein Schiff. Auf PS3 ist ja nochmal was anderes, weißt du. Ja, hier auf dem Server, also so große Welt, da machen bestimmt alles kaputt. Ja. Also, das ist so, ja, leider. Es ist schwer, dann die Leute einfach so blind zu vertrauen. Das ist eigentlich fast so ein Faktisch-Umbögen. Ja, auf PS3 ist ja noch was anderes. Irgendwie, weiß ich nicht, würde es, ähm, Let's Player sein, den man vielleicht kennt und weiß, der baut, halt ich kein Quatsch oder so. Ja, dann würde ich, wir kommen. Ja, ich habe, so viele Leute habe ich angefragt, die ich habe, habe ich eben gespammt gesehen. Die haben teilweise tausende, hundert oder viertausende Abonnenten. Ja. Aber die habe ich halt, wenn ich die jetzt antworte, kommen die sich bestimmt auch verabschieden. Vor einem Jahr und zwei Monaten und so. Ja, das ist ein bisschen lange her, ja. So viel Projektanfrage habe ich noch nie in den ganzen Linken gesehen. Okay. Ich habe jetzt ja nur eine Projektanfrage gekriegt, das war für Sims. Ja, ich habe Baro, Minecraft, PS3, PS4, aber ich habe dabei noch nicht mal Minecraft bei PS4. Okay. PS4 habe ich zwar, aber... Keine Minecraft? Ist das nicht komputabel von 3? Ja, es gibt es micro PS4, kostet aber 18 Euro. 18, das ist doch nicht viel. Ne, ist nicht viel, aber ich weiß nicht, ob es das lohnt, jetzt schon zu kaufen, weil um auf der PS4 mit meinem Aufnahmegerät zu aufzunehmen, brauche ich einen HD-Converter. Wieso hast du kein HD-Aufzeichnungsgerät? Doch, 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 sogar Full-HD-60FPS, aber du brauchst nochmal so einen Konverter, der es nochmal umträgt. Warum? Das ist so eine längere Geschichte. Achso, verstehe ich nicht. Also mein Gerät behauptet, er kann das alles, ich brauche es ja gar nichts. Ja, du kriegst aber nochmal die bessere Qualität raus. Achso, nochmal ein bisschen... Es ist so schon gut, aber du kriegst auf der PS4 nochmal richtig den Wow-Effekt. Aber wäre es nicht erstmal sinnvoll, erstmal einmal zu starten, gucken, ob das Interesse da ist und dann sagen, okay, das lohnt, dann hole ich Equipment. Ja, das wäre eigentlich so... Weil deswegen, das schreckt mich auch so ein bisschen zurück, warum ich mir neues Equipment hole. Warum soll ich mir neues Equipment holen? Wenn, wie viele Zuschauer habe ich pro Folge? Sechs bis zehn? Das war ja auch mit mir, mit dem PC dachte ich, okay, starte ich mal richtig mit dem PC durch. Ja, ja. Die Fragen, selbst unter meinem Unfallvideo, haben Leute gefragt, ob ich wieder Minecraft machen kann und schreiben mir deren PS3-Namen, wobei ich mir denke, ich habe schon so oft gesagt, meine Freundesüste ist voll. Ja. Die müssen nicht adden, damit ich sie annehmen kann, damit andere Leute, die länger nicht online waren, automatisch gelöscht werden. Äh, okay. Das ist von der PS3 einfach so Standard gemacht, wenn deine Freundesüste es voll ist. Wir sind fertig, einmal rum. Ja, ist ja fertig. Jetzt gehen wir wieder unten Steinfloppen. Das ist einmal nur gemacht haben. Achso, ich muss mir noch überlegen, wo ich das... Achso, ja, da, wo dieser Ring ist, da wird das Treppenhaus sein, wo man dann die nächste Etage gehen kann, genau. So werde ich das machen. Ich baue hier schon mal ab, ne? Ja. Hier oben. Was denn? Was baust du ab? Das Wasser. Hier auch. Nee, 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 lass das. Nein, nein. Nein, nein, ist noch nicht fertig. Hast du noch Angst? Hast du Angst gekriegt? Ja, ich habe Angst gekriegt. Ist noch gar nichts fertig. Und du musst doch erst mal die Rinde da sein, damit es funktioniert. Nee, dann kannst du doch nicht abholzen. Na? Doch, doch. So, dann erst der Fall. So, sieht gut aus. Ich würde sagen, sieht gut aus. Ich finde, das kann man so machen. Glas ist fertig. Das ist gut, kannst du mir da die vier Glas geben. Aber die kannst du in die Kiste tun. Und erstmal gehe ich jetzt wieder Steine kloppen, damit du dir zum Erdkern näher vorrücken. Ich habe... Ich lasse auch immer die Türen offen. Echt? Ja. Warum Türen? Du treibst dich wieder hinter der Treppe rum. Ja, da baue ich auch gerade. Ach so. Okay. Deswegen habe ich da oben geschrieben, wir treten verboten. Für Ben und so. Ah, da steht auch oben. Da oben steht ja auch was. Das interessiert die gar nicht. Lassen Sie die Tür offen. Die lassen die Tür offen. Die habe ich jetzt offen gelassen. So, ich tue das alles mal hier rein wieder. Die ganze Baumaterial, das brauche ich jetzt alles gerade nicht. Äh, ne. Der Buchdater. Alles klar. Wieder Steine klopfen würde ich sagen. Hey, Steine klopfen. Endlich mal wieder. Ich freue mich. Ich mache meine Dier-Spitzhackle. Ich habe Mühe voller Farm. Die mache ich deswegen nicht wieder kaputt. Ne, wir müssen uns Eisen einfach. Eisen finde ich immer wieder hier. Das passt immer bisher. In der Beta findest du nicht so viele Diamanten wie heute. Ja. Aber im Gegenteil. Du findest ja noch viel mehr. Echt? Das waren doch damals echt selten. Rohstoffe, Kohle, Eisen. War immer schwer zu finden. Ja, Kohle war richtig schwer zu finden. Ja. Aber gar nicht. Deswegen haben wir ja diese Kohle-Song gemacht. Mark und ich haben das zweit gespielt. Mark und ich haben aber auch über sieben Stunden gespielt, ne. Okay. Haben beide volles Tier. Ja. Welcher Markt denn? Ist das der Markt für den Fußball oder was? Ja, ja. Achso. Mark hat es wieder angefangen. Achso. Ah ja. Aber der ist nicht... Nicht nur einmal hingehen. Aber der ist aber nicht hier auf dem Server, oder? Ne. Achso. Er ist nur auf dem anderen, auf dem Beta-Server, meine ich. Achso, okay. Und mit wem bist du hier auf dem Server? Oh, wie heißt der? Club Panthers. Achso. Aber der war lange nicht mehr drauf, ne? Hab ich lange nicht mehr gesehen? Ne, der war sehr lange. Der hat sich auch umbenannt. Ich weiß nicht mehr, wie er vorhielt. Kann ich ihn runterlöschen? Kommt der nicht mehr rauf? Dann kommt er nicht mehr rauf, ne. Achso, den muss ich nicht mal löschen. Ich muss mir nochmal den Namen mal schreiben, damit ich ihn aus der Server... Ja, der ist noch in der Whitelist, deswegen finde ich unnötige Ballast da rumschleppen. Wer weiß, die Leute ändern sich dann auf einmal ganz komisch oder so. Weiß nicht, die haben eine Anwandlung und sagen, oh, ich weiß nicht, ich hab da noch Zugang auf den Server. Ich geh mal schnell hin und mach scheiße. Ich kippe Lava auf Schiffe und solche Sachen. Ja, ja. Das sind komische Anwandlungen. Das war ja auch hier mit, wie hieß er noch? Hotters. Hotters, genau. War auch Hotters. Das war total in Ordnung. Und auf einmal kommt er dann wieder und... Mit den Hakenkreuzen. Hakenkreuze, zündet Schiffe an, Häuser an und warum? Ich weiß es nicht. Ja, schreibt, ich bin Nazi. Aber zum Glück gibt es diese Funktion Backups, ne? Ja. Ja, der Server macht schon automatisch Backups, aber ist ja doch immer so ein paar Tage verloren dann, ne? Ja, ja. Manche Bauten hast du an einem Tag gemacht, dann hast du dein Haus zum Beispiel, haben wir in eine Schicht gemacht und stell dir mal vor, der Server wird wieder zurückgesetzt, weil einer da was Scheiße gemacht hat und dann ist es weg. Ist das scheiße? Ja. Das Haus haben wir in 20, 30 Minuten, nicht mehr? Ein Stündchen haben wir schon gebraucht, glaube ich. Ey. Ja, bis wir da angefangen haben, das hat schon gedauert. Ja, ausprobieren mussten wir ja ein bisschen. Das ist ja nun mal so. Ah, Spitzhage kaputt. Nächste. So. Ja. So. Ja. Ah, hier, da wollte ich hier Star Trek sprechen. Glaube ich, Pascal hat mir gesagt, also Star Trek, du wolltest Star Trek spielen, bei Steam war es eben halt kostenlos, in meinem Fall schon kostenlos. Ich bin normal, ich habe, war es Star Trek oder Star Wars? Star Wars habe ich damals gekauft, genau. Star Trek, aber Star Trek habe ich gleich ein Problem, wie es Star Wars gab. Ja, welches Problem? Ja, ich registriere mich und solche Sachen und ich kriege die Falschreitungen einfach nicht zum Spielen. Äh. Ich hatte damals, das Star Wars ist so ganz krass gewesen, da habe ich 70 Euro ausgegeben, ne, um eben halt Collected zu haben, äh, Premium, ne, um dann eben auch gleich als erstes, äh, eine Woche vorher anfangen zu können als andere, das heißt, du wirst ja dann schon eine Woche weiter, wie die anderen, die später reinkommen, das ist ja ein Online-Spiel. Das ist ja ein Online-Spiel, ne, genau. Und, das ging bei mir nicht, ich habe aber die Freistellung nicht, die haben schön das Geld genommen, aber die, ich konnte nicht spielen. Das ist mittlerweile echt so gegeben und nicht nehmen. Ja, nichts funktioniert, überhaupt nichts. Und, und die haben auch nicht reagiert auf meine Anfrage, super, äh, die ist ja ganz schlecht funktionierend, also bei Star Wars war das so, ne. So, bei, bei Star Trek jetzt habe ich ja, ähm, das Problem, ähm, er will mir per E-Mail einen, äh, Schlüssel schicken. Er kommt aber nie an, Schlüssel. Äh. Ja. Und die haben dann, die haben, die haben relativ zeitnah, also zwei Tage später, ähm, reagiert und haben gesagt, äh, ja, die haben Probleme mit ihren, mit diesem Server, der diese Schlüssel schickt. Ja. Das können sie nicht manuell auslösen, das macht er automatisch. Und einige E-Mail-Provider funktionieren halt nicht. Ich sollte mir einen anderen E-Mail-Provider aussuchen. Okay. Hallo? Ne, tu ich nicht. Das meine ich nicht. Diese Logik. Ja. Hätten die ja vorher, das reinschreiben müssen, dass da eigentlich nicht geht. Ja, ja, genau. Sodass man weiß, okay, dann braucht man sich das ja nicht mehr mehr holen. Genau, dann quäle ich mich nicht drum. Ich habe gesagt, schönen Dank für die Nichthilfe. Ich deinstalliere es. Ja. Ja, ist ja einfach so. Warum soll ich das auf meinem Rechner haben? Das ist ja der Quatsch. Das nimmt wahnsinnig viel Platz weg, das ist ja mehrere Gigabyte, das Spiel. Ja, ich meine, startlich habe ich gefreut, das ein bisschen zu spielen zu können. Habe ich lange nicht mehr gemacht. Das ging ja damals. Ja, aber die haben ja irgendwie ein neues Sicherheitssystem eingebaut. Und das funktioniert halt nicht. So, das ist natürlich doof. Doof für mich. Ich glaube, ich sollte mein Eisen abbraten, damit meine Dia-Spitzhacken nicht kaputt geht. Die ist schon fast kaputt. Ja, du solltest auch. Oh, hier ist wieder ein Stück Band hier. Dann sicher ist sie mir lieber. Ja. Ich benutze meine Diabhacke gar nicht. Den finde ich hierfür. Das benutze ich dann, wenn ich auf Mining-Tour gehe und Diamanten finden möchte. Hier ist eine Höhle, die zugemauert werden muss. Aber ich muss gebrannten Stein holen dafür. Das ist aber trage. Was ist denn gebrannten Stein? Ich brauche gebrannten Stein hier, weil hier eine Mine quer hinein in den Berg hier geht. Oh, hier ist Kohle. Das kann ich mir doch schnell mitnehmen. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Ja. Ah, die Kinder wieder unterwegs. Ach, ja. Herzlich. So. Ich muss das Bauch wegmachen. Kohle kann ich nicht liegen lassen. Kohle muss ich einfach mitnehmen, weiß ich nicht. Das ist so eine Krankheit bei mir. So. So. Hopp. Wo komme ich her? Nee. Warte. Äh, wo komme ich jetzt? Ach, hier komme ich her. Fängt schon an. Fängt schon an. Ich bin schon wieder verwirrt. Oh, ja. Ich bin viel zu viel weggehackt. Ich muss eine neue Spitzhacke auch gleich machen, weil ich schon dabei bin. Warte mal, ich mache die erstmal kaputt noch, bevor ich hochgehe und Stein hole, um das Loch zu schließen. Und ich muss Fackeln setzen, wenn ich Fackeln weghaue. Und neue Fackeln setzen, ne? So. Oh, das brauchst du lange mit einer eigenen Spitzhacke. Ja, ne? Du brauchst Geduld. Hackst du auch hier gerade? Ja. Ey? Nicht da, wo du bist. Ach so. Ich dachte, du bist hier. Ich bin immer nachher in meiner Wohnung. Ach so, und deine Höhle da. Ja. Okay. Ja. So. Von Simon habe ich die Mine geschlossen. Ich habe dir geschildert hingehängt. Weil der hat seine Mine über das Haus hinaus gebaut. So. Ne? Das ist ja schön. Ja, und das direkt hier rüber in den Bereich hier. Das habe ich auch schon gesperrt. Ja, aber wir müssen es ja lernen. Das geht jetzt gerade nicht so gut. Im Normalfall ist das ja im Prinzip ja scheißegal. Aber hier ist es ja so, dass wir ja tatsächlich hier noch weiter runter bauen. Und das heißt, wir kleben dann auf deren Bauwerke. Und ja. Und müssen da irgendwie versuchen, draußen rumzubauen. Genau, und das mache ich ja nicht. Das wird einfach abgerissen. Das habe ich dann halt gemacht. Ich habe das dazu gemacht. Habe da seine Bauteile in die Kiste geschmissen. Und das wird auch passieren. Alles, was ich jetzt so unterfinde, werde ich abreißen. Ja, man muss halt konsequent noch. Ja. Das muss ja konsequent bleiben, ja. Bei uns früher, was war da, die Regelung? Maximals, die Häuser dürfen minimal so 10 Blöcke Abstand haben. Irgendwie so war das, glaube ich. Müssen mindestens Abstand von 10 Feldern haben, ja. Ja. 10 Blöcke, ja. Das ist immer noch die Regel. Ich muss immer so eine Wand bauen. Wenn du mal Langeweile hast, kannst du ja mal eine Wand machen. Aber wo macht man das hin? Wo startet man hier eigentlich? Zuletzt habe ich erfahren, dass man im Wasser startet. Ja, ja. Wo ich den Startpunkt am Tunnel gemacht habe. Früher war der Startpunkt im Alten Dorf. Ja, aber der ist auch nicht mehr. Ich weiß gleich mehr, wo der Startpunkt ist. Jetzt müssen wir wieder einen haben, der mal ganz frisch da reingeht, um zu sehen, wo der Startpunkt ist. Und da müssen wir, ich habe ja mit dem Befehl Set, diesen Startpunkt, den Set. Aber ich glaube, mit dem Startpunkt kannst du nur deinen Befehl, also für dich den Startpunkt verbreiten. Nee, nee, du kannst von Server bestimmen. Ich habe den Serverbefehl für. Den habe ich mir angewendet, aber der funktioniert nicht immer. Vor allem nicht, wenn du unter Wasser bist. Wie hier zum Beispiel. Ich kann hier keinen Startpunkt setzen. Ich müsste nach oben irgendwo hingehen und gucken, dass da der Startpunkt ist. Glaube ich. Ich habe den Verdacht, ja. Weil die Leute im Wasser gestartet sind, das liegt nahe, dass sie wahrscheinlich über den Punkt spawnen. Über den Punkt? Über den. Ja, genau. Und wenn ich unter Wasser in den Startpunkt setze, dann spawnen sie über Wasser. Ja, das kann sein. Deswegen, ja. Egal, Wasser oder im Tunnel auch das Gleiche. Das muss überirdisch sein anscheinend. So habe ich Steine, irgendwo über Steine gesehen. Steine. Hier sind Steine, siehst du wohl. Nehmen wir ein paar mit. Ein paar mehr mit. Dann kann ich hier die Dinger, diese Löcher zumachen. Fackeln habe ich zu wenig mit eigentlich. Aber egal. Warum laufen hier so viele Zombies jetzt rum? Was soll denn das? Wer hat die denn eingeladen? Und da hinten sind Creeper. Ja, ist doch eine Party. Dieser haut da zuerst zu. Ich darf nur zuerst zauen. Aber ich glaube, vielleicht freuen sich meine Hundis. Oder eine Lederkotte, hier so ein Fetischtyp mit Bogen. So. Achso, ich wollte die Aufnahme stoppen, ne? Ja, auch schon wieder eine halbe Stunde vergessen. Ja, das ist vor zwei Stunden Aufnahme. Ich glaube, ich sage mal Tschüss, sage mal Tschüss. Tschüss. So, Schluss. Tschüss.